Hallo, mein Name ist Dominik und ich zeige euch Videos rund ums Thema macOS 10. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr mit eurem Mac in ein bestehendes Firmennetzwerk mit einsteigt sozusagen. Das wohl verbreitetste und bekannteste wird die Windows-Umgebung sein mit mehreren Windows-Servern, die eine Domain bereitstellen und da arbeiten dann meistens ganz viele Windows-PCs mit Windows-Usern drin. Und da könnt ihr ganz bequem auch mit eurem Mac einsteigen und mit Bordmitteln da genauso mitarbeiten oder ähnlich mitarbeiten wie die Windows-User. Dann gibt es noch die Möglichkeit beispielsweise die Dienste eines macOS 10-Servers zu nutzen oder in ein Open Directory einzusteigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das funktioniert alles in den Systemeinstellungen. Da gehe ich jetzt auch direkt mal rein unter Benutzer. Ich schalte mir hier das frei und gehe dann auf die Anmeldeoptionen und dort gibt es den Netzwerk-Account-Server. Zunächst möchte ich mich mal mit einem macOS 10-Server verbinden, der einerseits Dienste bereitstellt und andererseits das Open Directory hostet. Der wird auch sofort erkannt. Er sagt hier, mein Server stellt einen Adressbuch-Server, einen Mail-Server, einen iCal-Server und VPN-Dienste zur Verfügung. Ob er die jetzt gleich konfigurieren soll für mich, dann könnte ich jetzt sagen, Dienste konfigurieren. Er richtet mein iCal, mein Adressbuch und alles ein für diesen Server. Ich möchte mich jetzt aber nur verbinden, denn ich möchte gar nicht die Dienste dieses Servers nutzen, sondern lediglich mich mit dem Open Directory verbinden. So, und schon bin ich damit verbunden. Was bringt mir das? Ich habe hier einen Account, einen Freigabe-Account, einen Gast-Account, könnte mich jetzt aber mit allen Netzwerk-Accounts, die dieser Server zur Verfügung stellt, auch anmelden. Und beispielsweise an einem anderen Mac, der ebenfalls im Netzwerk ist und ebenfalls mit dem Netzwerk-Account-Server verbunden ist, dort könnte ich mich auch mit diesem Netzwerk-Account anmelden. Das war die einfache Möglichkeit und jetzt machen wir das Ganze mit einer Windows-Umgebung. Ich habe hier einen Windows Server 2008 R2, den hole ich mal hier ins Bild, habe bereits die Active Directory-Verwaltung offen und ihr solltet da euren Windows-Administrator bitten, euch ein Computerobjekt anzulegen. Das mache ich jetzt auch hier im Container Computer und nenne das Ganze einfach mal nur Macbook. Wie er das macht, ist sein Ding. So, jetzt sind wir im Active Directory angelegt und ich zeige euch jetzt, wie es am Mac weitergeht. Ich gehe auch wieder hier in den Benutzern der Systemeinstellung unter den Anmeldeoptionen beim Netzwerk-Account-Server auf Entweder bearbeiten oder hinzufügen. Wir sind jetzt schon mit dem Mac OS X Server verbunden und fügen da jetzt noch einen Active Directory-Server hinzu, beziehungsweise ich verbinde mich jetzt mit der Domäne. Er erkennt sofort, dass das ein Active Directory ist. Und jetzt gebe ich die kleinen Computer-ID ein. Das ist der Name, den wir gerade im Active Directory vergeben haben. Nun benötige ich hierfür, um der Domäne beizutreten, einen Domänen-Administrator-Account. Den bekommt ihr von eurem Windows-Admin oder der Windows-Admin gibt das hier ein. Und nun bin ich mit dem Active Directory des Servers verbunden. Es erscheint hier grün. Bin der Domäne beigetreten und kann jetzt in dieser Domäne arbeiten. Das zeige ich euch jetzt auch. Ich hole noch mal kurz den Windows-Server hier rüber. In den Benutzer habe ich eine Erika-Musterfrau angelegt. Und genau mit der möchte ich mich jetzt an meinem Mac anmelden. Ihr seht, hier gibt es keine Erika-Musterfrau. Es sind auch keine versteckten Konten oder so etwas auf dem Mac. Und wir versuchen das einfach mal. Ich melde mich jetzt am Mac hier ab. Und da ich mit Netzwerk-Account-Servern verbunden bin, habe ich in der Anmeldemaske hier andere. Daran trage ich jetzt den Benutzernamen von Erika-Musterfrau ein. Das ist einfach nur Erika. Gebe ihr Passwort ein. Und ihr seht, Erika-Musterfrau als Netzwerk-Account meldet sich jetzt auf meinem Mac an. Diese Meldung hier kommt, weil die interne Platte des MacBooks bereits mit Mac OS X Version 10.7 Lion bestückt und verschlüsselt ist. Und das kann Snow Leopard hier nicht öffnen. Also es ist keine Fehlermeldung, sondern einfach nur ein Hinweis. So, und dann bin ich jetzt hier angemeldet am Mac mit der Erika-Musterfrau aus dem Active Directory der Windows-Umgebung. So einfach funktioniert das. Ihr könnt euch in vorhandene Firmennetzwerke ganz einfach mit einklinken mit eurem Mac. Das ist alles kein Problem. Und wie ihr seht, funktioniert das auch relativ einfach. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.